Guten Tag meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of Soul Guard, der nächste Tag hat begonnen. Wir kriegen einen neuen Anmeldebonus, den wir uns natürlich holen werden. 6 Elf Jungmobile und 4 Foulbeißer. Die Treue Herzen kriegen wir leider erst ab morgen. Aber das ist nicht schlimm, ne? 2, 3 und dann kriegen wir schon Treue Stufe 2. Mal schauen, was dann passiert. Und damit erwartet uns eine schöne dicke Kiste. Quests, heute wieder genau das gleiche. Kampagnenkämpfe gewinnen, Ernteschätze in den Schatzhörn, öffne Truhen im Shop. Das ist relativ easy alles. Wir machen die beiden Kisten auf, die Gratis-Truhen, damit die sich natürlich refreshen können. Eine Grim-Axt, 23 Violetten Staub und ein wenig Gold. Kann man mitnehmen, ne? Und die zweite Kiste noch. Morast Worm. Wieder Elflinge, noch ein Sonnenfeuerjubel. Ein bisschen Staub und 15 Gold. Das ist eine kleine Kiste, da kann man jetzt nicht allzu viel erwarten, wenn die immer wieder kostenlos sind. Eröffnet zwei Thronen im Shop. Gibt es auch immer eine Belohnung. Was wir hier machen können, ist hier Gold spenden. Und entsprechend, da wir jetzt noch nicht so viel Gold haben, aber die epische Tour natürlich auch nice wäre. 23 Einheiten, mindestens 10 seltener, 3 epische. Okay, ich meine genug Gold haben wir tatsächlich aktuell. Das ist wirklich so. Was können wir hier machen? Na ja, in Stufe 7 brauche ich dafür, ist ja reudig. Gut, dann geht es erstmal auf in die Schatzhöhlen. Damit wir dann wieder viermal, äh, nach vier Stunden erneut machen. Das finde ich ein bisschen doof, dass in den Schatzhöhlen tatsächlich vier Stunden lang, ähm, Refreshzeit ist. Ich finde, das ist nicht so gut gemeistert. Wenn ich zwei Versuche am Tag habe, möchte ich die auch gerne hintereinander machen. Aber was willst du machen, man? Hast ja keine andere Wahl hier. Hm, hm, hm. Ich hätte sie anders in der Wahl, hätte ich nicht wegschieben sollen. Ist schon okay. Ich werde noch ein bisschen was machen, bevor ich hier... ...neu beschwöre. Zack, boah, die kamen nicht bis dahinter. Das ist ja dämlich. Uiuiui. Okay. Bisher sieht es noch ziemlich scheußlich aus, muss ich sagen. Weil die da hinten will ich auf jeden Fall haben. Die auf der rechten Seite. Das ist mir schon wichtig. Dafür müsste das natürlich aber passen, ne? Sieht leider katastrophal aus. Jetzt gibt es aber keinen Tipps mehr. Das finde ich gut, ne? Das sind alle weg, die Tipps. Ah, der Barrikado nimmt mir ein bisschen zu refreshen hier. Ja, das hätte nicht sein müssen. Das war unnötig. Ich habe noch einen Zug übrig. Also eine Runde übrig. Hier bringt nicht viel, weil ich muss es eher auf der Seite hier machen. Ah, okay, wunderbar. Ein Zug ist leider nicht mehr übrig. Okay. Kaputt gemacht. Oh, ein Hoppling. Ein neuer Begleiter. Okay, in vier Stunden gibt es dann also erneut einen Versuch in den Schatz zu führen. Aber wir haben es noch einmal für die tägliche Mission gemacht. Das ist wichtig, jeden Tag die tägliche Mission machen. Oh, 16, na, okay. Was gibt es dann hier? Leuchtende Ernte. Seltene Truhe. Stufe 1. Okay, das sind alles. Ah, ne, jetzt ist es Stufe 3. Ja, Stufe 2. Dann wäre es auch noch besser. Und eine große, epische Truhe. Die wir dann immer als... Ach, ne, die kriegen wir als Belohnung, wenn wir das voll haben, ne? Hm, magische Höhlen. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall kriegen wir hier wieder eine neue Belohnung. Und jetzt auch fünf Kampagnenkämpfe gewinnen. Dann haben wir es auch schon wieder. Dann machen wir mit der 31 weiter. Tausche die gelbe Kreatur aus. Wenn wir in diesem Kampf die Frassel-Huf-Einheit. Möchte ich aber nicht. Ja, eben mein Damage ist ja untergegangen. Dann zu knicken. Nö, wenn, dann müsste ich ihn schon verstärken. Das ist schon okay. Wir bleiben bei unserer Einheit. Wenn wir sich irgendwann verstärken, dann ist es okay. Aber solange ich nicht genug Frassel-Huf-Dinger bekomme, ist das Ding eh ziemlich schwach. So. Verdammt, die Barrikade kann ich jetzt nicht mehr hinmachen. Aber ich kann hier eine hinmachen. Batsch. Ach, schon wieder die hier. Schon wieder die, genau. Batsch, Batsch. Uah. Spammen wir das Feld voll. Ich habe, glaube ich, irgendwie bei dem gelben einen viel großen hinbekommen, aber die haben sich schon selber vereint. Na, da wollte ich doch gerade einer an Magier hinmachen. Nun gut. Wir töten den da hinten. Wir killen die Vase hier, damit wir ein bisschen Gold bekommen. Okay. hat er macht nur ein damage oder ist er gerade am dings hängen geblieben an der vase so mehr kann ich hier gerade nicht kombinieren dann rufen wir so neue haben herbei herbei was heißt wenn wir sie vorher alle killen dann ist das game easy aber ich dass die alle zu kennen ist quasi unmöglich und jetzt ist das schwer es sind einfach sehr sehr viele und die kommen immer wieder nach aber egal deswegen wir rachen vorbei am tor entlang oder zum tor an der seite entlang okay großen bekommen sehr gut ich jetzt nicht aufgeachtet was da hinten rechts und feuer fällt ist das möglich oder gutschein gemacht kann man nämlich hier ein bärchen hinsetzen plus 2 13 13 einheiten beschworen angewöhnen den zauber vorher zu benutzen wenn er verfügbar ist war das muss das gewesen sein und portal zerstört sehr schön easy win auf geht es doch noch mal 32 5 energie kostet mich so ein kampf aber ist ja wieder voll drei dicke felsbrocken die uns schon mal den weg versperren bach da kommen kleine kleine frost ist heraus klar was auch sonst so man keine barrikade ein paar neue beschwören bach 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 funktioniert nicht dass es zu eng wäre für mein team ich habe noch einzug das heißt wir machen magie eine barrikade ich glaube der kann sein 15 neue die gegner zu tode hier gibt es einen kleinen bonus dann greifen wir jemanden an auf der rechten seite und muss man auch das ding kaputt machen die vase naja schade wenn wir sie nicht mitbekommen würden auf der rechten seite kommt hier kaum was machen ernsthaft acht schaden oder ich sehe den schaden aber gar nicht bei den vier jahren aber ich glaube man das leben ist irgendwie begleicht bedeuten mit dem schaden den machen mhm 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 gesteuert mehr kann ich nicht machen ich habe noch was rufen soll ich glaube zu gewinnen sollte man nicht das ist glaube ich nicht so clever aber wir haben ja noch die vase kaputt machen können so machen wir noch ein kämpfchen machen wir noch auf 233 los geht's ein bisschen barrikade da ist aber liste in der mitte ich leider nicht verteidigen kann das ist sehr schade hier ist eine bedauerlich bedauerlich so sieht alles ziemlich katastrophal aus das ist ja schade zumal es nach zwei runden kriegen wir hier war ja klar gewesen dieser kacke wobei ich könnte hier wenn ich eine barrikade hätte müsste ich hier vorne barrikade aufbauen das heißt ich müsste den hier weg bewegen hierhin ich habe ja noch eine runde an zeit den hier weg bewegen und dann hier den da halten dann ist dann nämlich eine barrikade ich glaube das sollte ich auf jeden fall nutzen direkt davor sehr schön neu beschwören und das sieht alles nur noch schlimmer aus also es wird nicht besser wenn wir hier auf jeden fall mal die gelben weiterhin packen war die balliste die ist super wichtig gott die macht und leider auch schaden jetzt geht es natürlich nicht weil er kaputt gemacht hat ach so eine scheiße aber auch er wir müssen die echt mal besiegen weil die einfach super viel schaden machen aber besiegen ist hier halt nicht mal ich bin nicht so und erst greift die balliste an oder nichts und greift die balliste schon wieder an wenn ich jetzt wieder was machen dann macht es aber schon alles kaputt oder naja das in ordnung machen das mal hierhin und dann machen wir das hierhin und die greifen dummerweise gleich mich an aber naja gut jetzt nicht machen aber der taktik ändere ich nix hätte ich mal machen sollen man alter kommt echt nur scheiße raus tja und so wird das spiel schwieriger indem die cpu einfach mal irgendwo einheiten hinsetzen ist natürlich wahnsinnig lack basiert aber komme ich an die typen da hinten nicht an weil die dahinter stehen das sehr übel das können sie dir schenken die ballist ist kaputt hier greifen sie mich jetzt mit drei damage an außer ich pack da noch was hin sind es halt nur zwei und da machen sie auch zwei schaden ich glaube das ist nicht nicht mehr möglich zu gewinnen das ist eine scheiße jedes mal meine güte setzte es doch mal richtig hin kann aber nie wahr sein oder ich glaube tatsächlich wir müssen mit der balliste spielen müssen also versuchen zu überleben die ballisten muss einfach mal verteidigt werden tja aber jetzt wieder nichts ich kann nichts tun weil so eine bullshit kacke hier ist hier kriege ich ein damage hier kriege ich vier schaden das heißt hier verloren sehr gut meine güte hättest du dahin nicht in gelben setzen können natürlich nicht natürlich nicht aber dann sind auch ballisten oh mein gott machen wir viel mehr schaden ei 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 das aber ist die macht das nächste und der mensch doppelter schaden auch schon verloren ist ja schön das ist ja toll wirklich ich ein bisschen höher krit formbonus sinkbonus nochmal krit dazu er kriegt eine block chancen zu und kann verbessert werden für 250 gold aktiv freischatten 160 pna los fähigkeit freigeschaltet axel stufe 0 trifft ihn davor ihr vor ihr und direkt dahinter mit all dem zorn den eine gewachsen aufbrennen kann führt auf einfällt hinter ihr ein bis zwei schaden zu jetzt sind aber wie aktiviert sich das jetzt das sind jetzt zwei skills die man hat ja auch cool ich habe hier leider kein geld mehr um sie zu verbessern mondstrahl gut okay das ist ja noch einmal ach so dass es sie gewesen der nacht wirker gut oder damit ich sagen an der stelle machen wir noch mal kurz ein kleines päuschen und sie uns der nächsten folge wieder versuchen was erneut und bis dahin